Peggy 16 The Feast at the end of time. The last revelry to say farewell. The people here know that it's almost over. Only 13 days to go. 5 The Feast at the end of time. The Feast at the end of time. Es ist der Chaos. Willst du zurückkehren? Es ist zu weit. Was machst du? Der Savior. Sire! Got it. Sire! Sire! Es ist eine lange Zeit. Sie wissen, was ich bin. Und Sie wissen, was ich will. Sie wissen, was ich will. Ich kann eine wilde guess. Sie wollen sie zu retten. Sie sind 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 zu retten. Was ist das? Sie versuchen, mich zu töten? Sie sind zu retten. Sie sind zu retten. Sie sind die Angele der Todesmacht. Also, was? Das ist das, was du zu retten? Ich kann dir helfen. Wenn das nicht. was ich will. Dammit. Was ist das? Was ist das? Oh-oh. Das wird nicht funktionieren. Luminna? Das ist nicht richtig. Du solltest nicht auswählen. Was ist das? Ich versuche, das Kind ist ein Dämon. Angele der Todesmacht und Dämonen? Sie sind die falsche Leute, Snow. Oh. Keiner wird mich verletzen. Sie sind hier? Sie sind nicht Sie? Sie sind nicht sie. Wenn ich den Heiligen, dann werde ich. Du solltest nicht an Birken. Ich kann mich einfach mehr verletzen. Äh... Schleppt. Doh, ich verschleEZ Active.